Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Du weisst ja, wie das funktioniert. Wenn an einem solchen Spinner etwas Gutes findest, bist du zuletzt selber ein Spinner. Ein Denkbittner Tag und Nacht habe ich alles aufgeschrieben. Gesetze. Die neue Weltordnung. Ich mische nicht mehr, ich meine nicht mehr, ich sage nicht mehr. Ich setze Sätze. Sätze, die wachsen. Was man wirklich studiert hat und die Welt erklären konnte. Ich sage nein. Man muss nur beobachten und scharf nachdenken. Ich habe mir mit Verlaub meine Gedanken gemacht darüber, wie man die Welt retten kann. Ich sage nein. Das Ganze sieht aus. Und das Wichtigste im Leben ist, dass du genug zu fressen hast. Zuerst kommt das Fressen und dann kommt die Moral. Unabdingbar für die neue Weltordnung ist eine gemeinsame Sprache.